so hallo lieben und so weiter wenn ihr mehr wissen wollt was ich meinen kursen rausbringen schaut mal auf liebe schiff punkt d vorbei ich bitte euch immer wieder gerne euch für meinen newsletter anzumelden kann mal situationen sein wo ich euch geben was so kommt wo ich euch anders nicht reichen kann und das ist das einzige wo ich komplette kontrolle drüber habe gibt auch zehn euro gutschein und so weiter ja heute haben wir mal das gute laune thema ja die zeit nach toxischen beziehungen man könnte auch sagen die große einsamkeit nach toxischen beziehungen da hat mich e mail erreicht bzw über mein kontaktformular kannst du auch machen auf liebeschiffung.de fragen stellen von anna treffkola und sie schreibt lieber christian mein thema betrifft die zeit nach der toxischen beziehung ich habe vor ein paar jahren zwei toxische beziehungen gehabt die mich regelrecht verbrannt und ausgelöscht haben ich bin seit jahren dabei an mir zu arbeiten und eines mir dabei aufgefallen es ist niemand an meiner seite der mich auf meinen weg aus der hölle begleitet hat außer meine familie aber das ist schon viel also gar nichts die haben nicht mal mehr familie weil die familie ist auch zu stellen fest dass die familie auch habe ich auch gerade wieder gehabt in gesprächen die familie total toxisch ist sei froh dass du das hast das ist überhaupt nicht nichts und nur einen menschen hast der an seiner seite ist das schon super ich habe zu einer freundin doch ich kann nicht mit ihr reden sie versteht es nicht auch habe ich mich weiterentwickelt und siehst nur noch eine bremse auf meiner reise okay ich kann immer wieder sagen ich in deutschland ist das nicht so verbreitet deswegen mich immer so ein bisschen zögerlich in in usa ist das viel verbreiteter so in so gruppen zu gehen also diese zum beispiel coder gruppe codependent synonymous oder love addicts anonymous hört sich mal so ein bisschen drastisch an aber geht einfach darum ja das geht kontakt zu haben in einem sicheren umfeld also könntest auch in irgendwelche anderen gesprächsgruppen gehen also gibt es auch jenseits von diesem konzept gibt es gesprächsgruppen einfach dass man nicht alleine ist und ja trotzdem sagt einen sicheren kontakt hat und nicht einfach wieder nicht sehr toxisch personen datet das ist wird immer als ein thema gesehen als wir anderen einerseits wird es als unausweichlich gesehen wenn man sich verändert dass dann viele sachen erstmal wegfallen andererseits braucht man also braucht man natürlich sind soziale wesen braucht man menschen an seiner seite das ist immer gerade wenn man sich so aus co-abhängigkeit heraus entwickelt ist das immer ein riesen thema aber auch kannst dabei so noch mal ich frage mich ob ich jemals wieder einen neuen partner finden werde ja können wir glaube ich positiv von ausgehen aber wie mal jemand ich habe mal so ein spannendes video gesehen da hat jemals hat mich auch ein bisschen geschockt zu der zeit aber ich glaube auch single irgendeine beziehung wird deine letzte gewesen sein so ne entweder da irgendwie irgendwann mal stirbst und es war die letzte beziehung oder irgendwann willst du vielleicht wirklich niemanden mehr das kann passieren aber ich sag mal für alle leute die mir folgen die an der regel unter 80 sind also ich habe auch klienten die daten noch in ihren hohen 70ern und überhaupt kein problem also natürlich also ich kann glaube ich positiv sagen natürlich wirst du jemanden finden für wie lange wissen wir nicht aber aber ich beantworte die frage so ein bisschen anders weil je mehr man sich darauf einstellt vielleicht keinen partner mehr zu haben und aus dieser nilien es rauszukommen und zu sagen geht da habe ich eben keinen partner mehr ich trotzdem kann ich trotzdem nice geiles leben haben überhaupt ein nice geiles leben umso also je mehr du dich auf eigene beine stellst um so leichter wird es mit beziehungen das ist leider so ein paradox denn so wie ich mich transformiere beziehungsweise gerade ändere so finde ich niemand ja das ist aber auch ein glaubenssatz also ich verstehe das ist auch wie gesagt das ist bekannt als nebenwirkung auch des liebeschiff weges dass man mal eine zeit lang oder auch eine längere zeit wenn ja also weil alte freunde wegfallen und so das ist bekannt trotzdem wäre ich vorsichtig mit solchen glaubenssätzen weil du kannst jeden tag jemanden treffen der genau das würde ich auch vielleicht versuchen zu manifestieren kannst ja noch ein manifestationskurs gehen was heißt manifestieren sich psychisch darauf einstellen dass du jederzeit leute kennenlernen kannst die genau auf deinem level sind oder du gehst man so gruppen obwohl gruppen auf social media ist auch so eine sache aber einfach mal sachen ausprobieren würde mich dann nicht mit zufrieden geben so wie es jetzt ist liegt es an meinem ich an meinem bewusstsein dass ich niemanden in meinem leben habe woher kommt diese große einsamkeit ja gut wenn man gerade freunde verloren und partner verloren hat ja also viele erleben nach toxischen beziehungen große einsamkeit weil es ja so eine so eine fake intimität gegeben hat in einer toxischen beziehung eine fake intensität eine fake bist du ständig dich alle möglichen gefühle durch und man könnte auch sagen die lehre nach dem drogenentzug oder so wäre auch das gleiche und kommst dann und du sagst das hatte ich ja gleich verbrannt und ausgelöscht ja da braucht man auch zeit und man braucht auch irgendwo anders würde ich schon motivieren andere leute zu finden du kannst ja auch man kann ja auch nicht eine therapie gruppe gehen oder was weiß ich wie gesagt ich sage jetzt alles nicht dass das quick fixes sind oder dass es das dann tolle erfahrung ist das weiß ich natürlich nicht aber ich würde schon sagen hey ich gehe raus ich arbeite in meinem nice geilen leben also ich würde nicht immer so wieder darauf fokussieren oh gott ich bin so einsam und ja also wir leben sowieso in so einem einsamen zeitalter single haushalte gehen durch die decke und aber ich würde mich da nicht mehr zufrieden geben und sagen okay was kann ich machen mach mal modul zwei wo sind so listen drin die du machen kannst wo kann ich kann ich mal auf auf eine kleine reise gehen kann ich meditations wochenende machen im kloster oder also ich würde schon gehe unter leute auch wenn du die nicht kennst und ja manchmal ist natürlich die einsamkeit auch diese einsamkeit des inneren kindes reden wir hier ja nicht so viel drüber aber was vielleicht auch schon einsam war was jetzt eben nicht mehr abgelenkt ist von action und toxic und toxischem sex und was weiß ich ja wäre es übrigens auch immer hilfreich wenn ihr so e mail schreibt wenn ihr euer alter reinschreibt es manchmal irgendwie einfacher dann sich da so rein zu versetzen aber es liegt auch an diesem da wo du jetzt bist nicht natürlich an einer bewusstseinsentwicklung kann man schon sagen ich kann wohl da wo ich gerade bin und ich befinde niemand gefallen das ist ein glaubenssatz ich sofort löschen würde gibt auch noch meinen glaubenssätze kurs wenn ihr den mal nicht findet schreibt uns dass ich immer auf der website weil ich so unfertig bin und mich erst mal wieder selbst finden muss wie viele leute sind wohl in beziehungen die höchst unfertig sind was meinst du wohl viele leute haben beziehungen die absolut nicht fertig sind aber die gar nicht darüber nachdenken ob sie fertig sind so ne und zeig mir einen menschen der fertig ist und noch lebt also solange wir lange hier auf der erde sind sind wir nie fertig von daher ist das ist ein scheiß glaubenssatz kennt dieses problem jemand und was kann man tun ja schreibt es gerne in die kommentare hört dieser prozess überhaupt jemals auf oder muss ich erst 80 jahre alt werden um einen passenden partner zu finden bitte um kurze info wie ich das video finden kann solltest du zu einer also das müsst ihr schon selber finden euer video wenn ich eure fragen beantworte dann müsst ihr halt dem kanal verfolgen da das kann ich nicht machen ja jetzt stell dir mal vor du wüsstest dass du in einem jahr neuen partner findest du wüsstest das sicher wäre es für dich dann schlimm dieses eine jahr irgendwie noch sinnvoll zu gestalten ich glaube nicht so ne also dass in der rückschau wenn du neuen partner gefunden haben wir es was mit sicherheit passieren wird wirst du in der rückschau sagen ja so lang war die single zeit jetzt auch wieder nicht so oder so oder selbst wenn sie lang war wirst du vielleicht sagen in der rückschau wäre so schlimm war es jetzt auch nicht single zu sein habe ich mich irgendwie daran gewöhnt also insofern sind solche gedanken sind super verständlich aber auch nicht zielführend was denkt ihr dazu macht die folge kurse und wir sehen uns bald wieder entschuldigen